Neuer Skandal im Erzbistum Köln. Woelki hat ein Pornoproblem. Führende Kirchenvertreter, die von ihren Dienstrechnern auf Pornoseiten surften. Das Erzbistum Köln erschüttert offenbar ein neuer Skandal. Das berichtet der Kölner Stadtanzeiger unter Berufung auf eine Anzeige von zwei Mitarbeitern des Kölner Kardinals Rainer Woelki, Beri der Polizei. Demnach sollen zwei Mitarbeitervertreter Anfang Juli 2023 die Polizei über den Pornoskandal informiert haben. Im Juni des Vorjahres erhielt das Erzbistum Köln Informationen über massenhafte Zugriffsversuche von Dienstrechnern auf Pornoseiten im Internet. Unter den Nutzern sind laut Stadtanzeiger zum Teil höchstrangige Geistliche. Inzwischen habe die Polizei Listen mit mutmaßlichen Pornoseiten und Pornonutzern angefordert und erhalten. Im Juli 2022 erfuhr Woelki's Generalvikar Guido Aßmann vom Ergebnis eines Sicherheitschecks durch den IT-Dienstleister des Erzbistums. Dieser hatte geprüft, ob die installierten Firewalls Zugriffsversuche von Dienstrechnern auf, risikobehaftete Seiten, Gewalt, Pornografie, Drogen etc. zuverlässig abwehren. Zwei detaillierte Listen mit allen Nutzern beim Erzbistum sowie den durch einen automatischen Web-Content-Filter geblockten Seiten. Weisen für den Zeitraum vom 31. Mai bis zum 30. Juni 2022 Dutzende Mitarbeiter und mehr als 1000 Einträge auf, Die meisten von ihnen fallen unter die Kategorie Pornografie. Eine zweite Tabelle führt die Pornonutzer nach der Zahl der Zugriffsversuche und der Art der Webseiten auf. Etliche der gelisteten Webseiten führen nach Einschätzung des Stadtanzeigers auf Inhalte mit Titeln wie Teenager oder Babes zu Aufnahmen sehr junger Frauen. Fraglich, ob es sich teilweise auch um Minderjährige handeln könnte. Doch Polizei und Staatsanwaltschaft wurden vom Erzbistum Köln nicht informiert. Auf den Listen stehen auch Namen von, teils sehr prominenten, Priestern. Der Höchstrangige von ihnen steht in der Hitliste der meisten Zugriffsversuche mit mehr als 100 Einträgen an dritter Stelle. Wer dies ist, sagt die Zeitung nicht. Fakt ist, die Sonderstaatsanwaltschaft für Cyberkriminalität, Casse, durchsuchte am 5. Juni 2023 ein Büro im Generalvikariat wegen des Verdachts auf Besitz und Beschaffung von Kinderpornografie. Nach dem Zeitungsbericht besteht die Vermutung, dass der beschuldigte Mitarbeiter auf den Pornolisten aus 2022 unter den Top 15 verzeichnet sein könnte. Selbst wenn sich der Verdacht der strafbaren Kinder- oder Jugendpornografie nicht bestätigt, ist der Fall für Wuelke jedenfalls peinlich. Denn für die katholische Kirche ist jede Form von Pornografie eine große Sünde. Papst Franziskus sagte über Pornos erst im vergangenen Herbst, so tritt der Teufel ein. Dabei warne er nicht nur vor krimineller Pornografie wie dem gefilmten Missbrauch von Kindern, sondern auch vor der normalen Pornografie.